Hier hinter uns ist es meine neue Regentenstätte, oder? Schon nicht schlecht. Ja, das ist jetzt der Ort, wo die Politiker etwas zu sich nehmen. Hier ist jetzt eine Tafelle, wenn man irgendwo eine Sitzung hätte. Das müsste man jetzt vielleicht, wie der Schneeberg gesagt hat, ein wenig rausschnipseln. Man müsste schon die Länge vorne nehmen, wenn man von der einen Sitzung zu der anderen muss die hechten. Das sind ja diejenigen, die mal viel blutzig waren. Himmel auf Adam! Himmel! Das sind Herr und Frau Schneuli. Sie kommen im Fernsehen und sie sind enorm stolz darauf. In jeder Folge erleben sie etwas Neues.